Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, also schon mal ein bisschen vormerken im Kalender, wir sehen uns wieder. Schön. Und jetzt will ich euch länger auf die Folter erspannen. Der Mann, der in Hollywood ein Award für das Video Wonderful bekommen hat. Der noch bis Ende März auf Tour ist. Und jetzt mit seinem aktuellen Album When We Wake Up. Moment, wir wollen ihn rufen gemeinsam. Wir teilen jetzt hier mal die Stage. Auf dieser Seite ist die rechte Seite und das ist die linke Seite. Ihr schreit so laut ihr könnt Luca. Okay? Und ihr schreit Peggy. Genau. Ich sage nur rechts und links. Und das macht ihr so lange, bis Luca auf die Bühne kommt. Ich bin dann Herr Schmidt, wünsche euch noch eine tolle Party jetzt. Und wir beginnen mit Luca. bis jetzt. Applaus 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 Oh Oh Oh